Ja der da Ah ne der lebt der immer noch Wo ist der? Hab ihn, hab ihn, hab ihn Hallo und herzlich willkommen ich bin mein Kameragam und willkommen zu meinem Gameplay auf diesem Kanal Jetzt gibt's hier eine Runde Fortnite Battle Royale Mit den DJ Nuss Puste Blumi und mir Ich wünsche euch viel Spaß Zum Schluss bitte Nicht vergessen bewerten und kommentieren Ne? Und ja Von meiner Seite heißt es jetzt wieder Ring gekloppt und tüddelü Viel Spaß mit dem Video Aber wenn man mehrere Standbeine hat ne? Durch Produktion, durch Stream Durch Selber Gagen mäßig so Dann fetzt das doch Und dann kann man damit arbeiten Nächstes Wochenende bist du bei Tom oder? Äh am 4. Freitag Er steht hier einfach Hier ist einfach Einmal 131 Äh äh Gold Ok hab's gemacht Hab äh Geschafft Stell den Fernseher ein Oh schon wieder ein Fernseher Aber dann weiß ich wenigstens wo der ist Fernseher Hallo Synapsen 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 Oh Wer bist du denn? Yippie Oh ne Oh ne Ohne Ohne witzig fühle ich gerade wirklich wie Yes Und Alter Teilweise Kann doch jemand Kann doch jemand in den Sturm Blumi Blumi hast du schon mal vielleicht in der KD geguckt oder so? Nein Ich würd's doch gar nicht wissen Willst du's nicht wissen? Nein So weil du beschützt mich mal ich äh Ich muss tatsächlich nochmal aufklopfen Dein Ernst Junge? Ja einmal ganz kurz und Ich glaub da Wird's interessant hier Na man Ne alter Bist'n Typ Für Security stehen wir hier Ich lass ihn seine Bruder auch n bisschen schön machen wo er hier rumsteht Vielleicht ein noch hier schönes 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 Da bleibt er gar nicht lange dran hier an den Verkrumden Ist so ein bisschen Der nett Das ist so ein bisschen Dann Und wir kommen es ist so ein bisschen Aber Dein Dinger kann man aber gesprühen Was ich schade finde, dass die Bäume rausnehmen, ne? Bäume? Ja. Du kriegst dann irgendwo mehr diese Samen. Ach so. Ja stimmt. Ich muss hier diese Meilensteine eigentlich noch machen. So und so viel Früchte an den Bäumen fertig machen. Also pflücken. Pflücken? Ja. Ist gefühlt gar nichts mehr vorhanden. Jetzt hab ich zum Glück fertig. Hier kommt einer irgendwo angemacht. Bitte. Oh Mann. Das heißt ja auch Mann. Dieses Huhn. Das ist dir wehgetan. Ja aber stimmt, ne? Unkraut hier hinten und Dings macht man gar nicht mehr, ne? Ich hab den. Da kommt noch einer. Oh, ne Schwarzgäste. Gönnung. Was ist da drinne? Schmeckt. So schnell hab ich meine Waffen auch noch nie gelevelt, ey. Das ist wie so ein ... Chrom-Salve? Ne, ne. Nur alles pumpen. Auch ne Pumpe. Das war auch vorhin gut, ne. Die Vorlage von Tomi, ey. Was denn? Du Pumpe, du. Achso, stimmt. Das war auch gut, ey. Bist du denn am 4.11 da? Nein. Nicht. Weil Tom hat's ja verschieben müssen. Hat er bestimmt reingeschrieben, auch in der Corona-Sonne. Ich würde nicht mehr. Ich auch nicht mehr, aber... Das war doch doof, dann. Ja, ja. Manchmal das ganze rum wie Jammer und so. Ja. Weiß denn. Das hätte eigentlich schon zu denken geben müssen, aber... Naja. Wie es halt so ist. Hier ist Gold für jemanden. Ich hatte mich auch letztes erst wieder mit ihm gehabt. Echt? Pio. Okay. Weil ich hatte einen Status drinnen, dass ich jetzt zocken bin. Aber nicht im Stream war. Hä? Ja. Da kam bloß jetzt weiß er, warum ich nicht mehr im Stream drinnen bin. Ich so, warum ich jetzt einmal wieder Rainbow zock. Da kommt... Meint bloß alles fürs Ausreden, ist ja, ist klar. Oh, hier fällt jemand. Hm. Komisch denn. Ah, das ist Tom. Jo, ausgenockt. Mensch. Ausgenockt. Da ist noch irgendwo einer. Ja, der da. Der ist zu... Ah ne, der lebt immer noch. Wo ist der? Hab ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Was haben die denn schönes da? Ja, man kann sie aber auch haben, ne? Wenn man halt privat was macht und nicht unbedingt in YouTube... Ja, aber du, ey, ähm... Das mal... Das kenn ich von der United... Gegend auch. Also zumindest andere Leute kennen das. Ich selber werde mit sowas nicht konfrontiert, weißt? Weil... Keine Ahnung. Irgendwie wollen die Leute sich nicht mit mir anlegen. Ich mein, ich hätt's ja nicht gestört. Ja. Aber... Ich mein, ich bin ja am Stream drinnen. Ich geh hosten, wo ich noch ging, bin dann aber wieder raus. Hm. Ich sag aber, wann werdest du dich denn mal von alleine? Ja, ja. Ihr habt mich doch letztens zu wann. Ich so, wann hast du dich das letzte Mal alleine gemeldet? Ja, ich dann kam ja... Ich hab aber so viel zu tun. Ich so, das hast du immer als Ausrede. Aber kann jetzt erstmal zwei Minuten Welle machen, weil ich nicht da bin. Ja, keine Ahnung. Kann ich nicht viel zu sagen, dass ich hab... Ja. Ja. Keine Ahnung. Ich find... Ich find, man sollte, ne, Leute, die... Also immer die freie Wahl lassen, so. Das... Ich bin da, wenn ich da bin. Weiß auch, ob ich da jetzt nur für, äh, zwei Leute oder für drei Leute streamen. Ne? Am Ende gucken die Leute zu, die Bock auf die Musik in dem Moment haben oder vielleicht Bock auf meine Person oder so. Ne? Und deswegen hab ich mich da nie. Ganz wenig drin. Weil 80er muss ich jetzt nicht den ganzen Abend machen. Ja, klar. Ich bin teilweise gar nicht drin. Also... Ich auch nicht. Weil halt einfach, ähm... Naja, du weißt ja immer, wenn man postet, ne? Und deswegen hab ich auch, ähm, dieses Posting immer nur sehr begrenzt, ähm... Ne? Und wenn ich halt eben Daddeln poste, dann meistens immer in Verbindung mit Stream. Und vielleicht fällt das da nicht so auf oder was auch immer. Keine Ahnung. Hab ich gestern zum Beispiel mit Absicht gepostet. Ja. Aber da kam nix. Ja. Ja, weil er wahrscheinlich dann sich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt, ne? Aber hey, das, äh, äh... Ja. Ich war ja gestern auch noch drunne. Die Leute... Ich weiß nicht warum, aber die Leute wollen manchmal irgendwie immer so... Herr über jemanden sein, weißt du ich meine? Und das, das geht einfach nicht, ne? Ey, das ist ja bei mir sowieso eine Freizeitlandlüssel. Welche Schlüssel habt ihr? Einen. Ähm... Wollte grad sagen, ich hab keinen. Ja. Okay. Ist denn Walking Wheels? Ich hör da irgendwas. Oh, 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 hier ist auch nie. Guckt grad. Ach so, Rocket Wheels ist ja da. Hä? Bist du klar? Noch sie. Oh ja, ist doch. Nein, nicht hoch. Äh, oder? Wo? Ich geh mal bei Flatterbahn oder wie es heißt rein. Oh, ja, ja. Ich seh. Ah, nie aus. Wo sind die? Oh man. Da drinnen? Der eine ist, glaube ich, hier rüber. Naja, der ist am snipen. Ne, der ist, ja. Kurzgeschossen. Ich hab Flussprung bei mir. Ich geh rein. Ich hab's zu hart. Ich geh rein. Ich hab's zu hart. Einer muss hier aber noch rumlaufen. In dem das zu hart ein. Ich hab's zu hart. Ich hab's zu hart fallen. Ich hab's zu hart fallen. Oh, du hrest mich. Ich hab'n. In dem das zu hart. Das ist ja. Ich hab'n. Ich hab'n. So, ich müsste auch gleich runter hier. Oh Gott, wie möchte denn jetzt? Bei mir. Hab ihn. War die letzte bestimmt. War das auch so eine Spider-Man-Alte? Ja. Die sind alle drei so ohne Maske. Oh, Kruppank. So, ich werde dann mal wieder runter hier. Huch. Kein Fallschand. Na komm, ich geb ihn. Oh. Dafür sind die Hühner eigentlich auch gut, ne? Zum Leveln. Mit der Waffen. Mhm. Sonst gehen die inrede auf den Sack. So, 7.18 muss ich hin, ne? Ganz schnell, ich fernse einsteig. Weiß nicht. Achso, achso. Fernse geschichtet. So. Wo könnten denn die nächsten sein? Ach, da ist der. Mach noch zweier Schaden, ist okay. Mach noch zweier Schaden, ist okay. Oh. Mach mich wirklich scheiße. Komm wo? Da los. Da oben. Jo, Banane ist down. Vorsicht. Da war aber noch einer. Da war aber noch einer. Ja. Ja. Sie sehen? Ja. Oh mein Gott. Oh nein. Mensch. Das ist nicht die beste Idee, die ich hatte. So, die Banane ist wieder down. Kann ein Baum hier vorne. Oh, ich bin down, ich bin down, links. Oh, ist ja noch einer. Jo. Oh, der hat... Der eine hat auf mich gezielt, der Lickse. Schön, schön, schön. Schnell, irgendwie. Oh, shit. Von wo? Da oben, drüben. Ja, auf der anderen Seite. Nossi. 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 Schaffen sie eh nicht so schnell. Du brauchst mir nur aufklabeln und rübertragen. Die sind eh da drüben. So schnell sind sie nicht. Kost, die Blumen hier rum wird leicht. Beidet sofort. Ganz schnell, ja. Die letzten. Und jetzt müssen wir. Warte ich slipe aber nochmal rüber irgendwie. Boah, hab ich geschweigen gehabt. ach man wirklich jetzt die haben natürlich die beste und da oben links ist auch eine kommt zeig dich das gibt es nicht einer ist da und einer ist da und einer ist da und vor sich oben schissett schissett noch sieten beide hier eine ist hier der erhebt die einen hoch beide auf einen haufen komm noch sie so ich gehe jetzt noch eine rauchen dann mache ich noch eine runde und dann bin ich raus alles klar vielleicht muss er wieder um acht aufstehen alles gut aber war keine schlechte runde nicht schlecht aber der hat aber noch wirklich alles voll gehabt wir können ruhig bereit machen schreibt uns wenn es weitergeht und